Hallo und willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh, ich geh vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von sieben bis neun in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von fünf bis acht in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben... Geht es auch weniger? Festlich? Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir. Als ich bin, ist es, wenn wir das hier bei der Tiki Lounge kommen. Und dann bereits ein König. Ich habe mir da, wie ein Büchern aus dem Lounge steht. Ich bin ein Witzel. 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 Geh mit Gott, verdammter Wexer! Holy Shit, okay, hier ist alles zusammengebrochen. Oh fuck, okay, ich glaub wir sollten hier schnellstens weg, ja in die andere Richtung vielleicht. Das war mal ein Zimmer. Erstmal raus aus dem Bademantel, wieder schön unseren Anzug hier anziehen. Okay, ähm, zwei. Da waren auch deutlich mehr als zwei. Meine Waffen habe ich, das ist gut. Hä? Zentrale, wir haben ein Paket auf dem Parkplatz. Bereits zur Abholung. Over. Oh oh. Angriffsteam sammelt 47 Sleiche auf. Säuberung? Und tschüss. Komm her. Die erste haben wir. Ja, aber das waren doch mehr als zwei, da waren doch eben fünf oder so. Oh lol, der hat einfach Headshot überlebt. Läuft bei ihm. Misstrauisch. Ich hasse es, wenn ich nur reagieren kann. Egal wer da draußen ist, wir dürfen ihm nicht die Initiative überlassen. Ich habe keine Lust mich anknallen zu lassen. Nicht. Aber ist auch lustig. Die sammeln sich in der Hölle. Gehen wir. So, dann machen wir hier mal schon wieder Zielfeuer. Haben wir auch schon länger nicht mehr. Glaube ich. Oh, das scheint es hier erstmal gewesen zu sein. Ne, da war immer die Waffe die wir haben. So. Kontrollpunkt aktivieren. Ja, hier ist keiner mehr. Ja. Okay, hier ist eine Zivilisten. Einfach ermordet. Bitte. Ich hab nichts gesehen. Ich, ich hab ihr Gesicht nicht gesehen. Lass ihn. Oh Gott. Sie sind keiner von denen. Wo hat der Aussichtsrat diese Frauen überhaupt hier? Egal, oh Gott. Wir müssen hier weg, okay? Ich hab gesehen, wie sie etwas aus ihrem Auto geholt haben. Sprengstoff, glaub ich. Sie müssen abhauen, okay? Oh, scheiße. Gehen Sie, bevor die sie finden. Oh Gott. Ich muss hier... Sprengstoff, okay. Weißt du, wir müssen ziemlich aufpassen. Auf Wiedersehen. Äh. Da geht's nicht lang. Gehen wir hier lang. Da müssen wir hin, aber hier. Können wir was trinken? Nee. Achso. Okay. Gut. Äh. Hier müssen wir raus. Oder rein. So. Wir sind halt tot. Jetzt wird er wieder voll. Oh, fuck. Was soll das heißen? Keine Antwort. Punkten Sie sie nochmal an. Ja, Ma'am. Saints Team 1, bitte kommen. Melden Sie sich Team 1. Bitte kommen. Over. Nichts als rauschen. Hä? Ja, komm her. Na, Dickerchen. Kommst du? Ja? Okay. Na, Dickerchen. Kommst du? Was? Und. Auf Wiedersehen. Oh. 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 Zentrale, die hören hier seltsame Geräusche. Rippe geprüft. Over. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Nein, 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 bleib hier, hier, komm, komm her. Ach, verdammt. Das hätte aber klappen können. So, ein Feuerlöscher. Ah, verdammt, da kommt jetzt noch einer. Ist da jemand? Nee, nee. Moment. Jetzt kommt sie. Ich meine, ich konnte die natürlich einfach abknallen, aber... Wow. Unmöglich. Ach ja. Meinst du? Ouch. Auf Wiedersehen. Och, Leute. Ist ja der Taub. Wo? Äh. Wenn 47 da noch drin ist, haben wir das Überraschungsmoment verloren. Ich hab gesehen, was der Typ kann. Ich sage, wir legen Sprengsätze, blockieren alle Ausgänge und begraben den Wichser unter einem Haufen Schutt. Nur so können wir sich ergehen. Sag das mal dem Saint. Dann gehst du garantiert als Erster da rein. Hast du das gesehen? Check mal, wer das gewesen sein könnte. Bestätige. Hey, wer hat das geworfen? Der, der das geworfen hat. Scheiße, dreh dich um. Ja, 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 ja. Oh, fuck. Und? Tschüss. Ähm. Wollen wir einfach kleiden. Dann auch noch eine Maske. Und still verstecken. Gut. Und weiter geht's hier dann auch in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.